Hey, sag mal, spinnst du? Ich weiß nicht, Moment, Moment. Du gehst mit meinem Ex ins Bett, der zufällig immer noch mein Geschäftspartner ist und dann fällt dir nichts besseres ein, als mir das unterzübeln und dich dann noch dafür zu entschuldigen? Evi, das geht gar nicht. Evi, das geht gar nicht.